die Möge Euro und damit Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Juvio der Kroo der waschen den aber ich kann es besser ein Spiel rausgegangen er mag dich nicht willkommen zu Juvio er mag nicht mich er mag dich nicht weil er ist alles wieder zurückgesetzt worden was echt? ja scheint so das 1 2 alles wieder Geilo hat sich voll gelohnt Joa Irgendwann ist auch leider nur noch Ok es war wohl das Brötchen Hm die haben heute Abend keine Lust Nein nein das ist nur wie der Devbrust da sie kennen raus und wo es keinen Sinn macht Oh guck mal ein Zuschauer ist noch mit dabei Kommt das alles wieder in die Aufnahme? Hi Und will der Spiegel ja bespielen Heute mit einem Deck was ich mir eventuell sogar im real life zusammenbauen werde ich werde das äh Colin hat es mir jetzt hier auf DevPro gebastelt und Und hier sieht man bereits was es für ein Deck ist naja man sieht hier ein Monarchen man sieht ein Ghost Trick Nein man sieht Federchen Frost man Ja Federchen Frost Und er kommt ey Tja und Ich hab keine Musik an fällt mir grad mal so auf ich bin gut vorbereitet aber egal Irgendwie fällt mir grad auf in dem Decke das ist unproduktiv an zu fahren Kannst du das nicht schnell machen? Ja kann ich eben schnell machen bestimmt natürlich Das dauern eh jetzt ein bisschen Oder auch nicht Colin viel Spaß Er hat auch Monarchen Jetzt wirds wirklich lange dauern Das wird ein tolles Duell Ey! Ja musst du äh klick da genau Hmm soll ich den einfach? Ne ich warte Der kannst du erst reagieren ich bin zu faul Ja und los gehts Ich hab grad keine Lust Mal sehen Na Oha Er hat etwas ausgespielt Er hat eine Karte gesettet Na also kein Seelenrausch Sieht gut aus Zack Oh Ah das sind die? Das ist ja wo wir geschauen sind Hm Wann müssen wir nochmal weiter machen Ich freu mich mal Dänks an So Was hat er geschrieben? Achso Gleich Gleiches äh Gleiche Dex halt Das war einfach Feuerhandel Oder? Ne Interesting Das war wie ein Interesting Der hat ja gespielt Genau Weil ich nichts ausgespielt habe Ja Er hat auch Ich hätte auch einfach nur eine Handvoller Tributen Und zu haben können Ja Das kann natürlich auch mal Dreimal weißer Drache und so Ja Äh Ne Ghost Trick Oh Ja Tja Da war noch Mehr zu feiern brauche ich auch nicht Ja Hände sind toll Ja Hände sind toll Ja Hände sind toll Das müssen wir noch notieren So Ah Yo Der Arsch der Monarch Ja Das ist doch toll Und ich muss immer noch keinen Schaden Ich muss doch wieder ein bisschen lauen und vor dem sie dann anpassen Ich küsse ihn gerne an Ja Ja Weißt du und seine verdeckte Zug auf Stack Ja Kann das jetzt bestimmt Oh Mann ey Oh Gott Na dann er wird was tolles ziehen Ja Tja in den zu lange nicht angreifen Aber das ist bei Monarchen nicht so wichtig Nein Da muss man einfach den Gegnern nur langsam nach und nach immer die Parten nehmen bis er nichts mehr gegen die Monarchen hat Ja Das ist ja auch Strategie des Stacks Ja Tja Tja Und Reiser Und er schickt den einen Reiser zurück aufs Deck Nein Ne welcher ist das? Also der Licht Oh Gott ey Das ist tolles Duell Das ist die Hero Duell Naja mir fehlen grad die Monarchen Das ist meine Ja und er hat den fetten Ja Den hat er echt Wow Oh 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 ok Die geht natürlich auch die Flieger Ja Die Flieger Ja Komm mal gleich den nächsten Sieht sogar ein bisschen kapital sogar Das sieht gar nicht schlecht aus Soll ich auch mal testen? Ja Die Idee bin ich gar nicht bekommen Na Oh Oh Ich kann Angreifen Ja Ist ein bisschen da Angreifen nicht Wieso Hui Ja Oh Da war ja was Setzen Oh Benden Setzen dann legt er mir noch nen Kaios oder so hin Oh ne Das ist ja ne volle Quatschone Ich mag wie du dein Deck gebaut hast Wollen wir nicht heiraten? Ich liebe dich Hat er wirklich geschrieben Oh god I like the way to be a good deck Oh Oh my god Das ist ja noch bei den Gäber zwei Ja Ja Die waren mir nur verbunden Aufs Werk zurückgelegt Genau Da kann er jetzt auch wieder sein Einen Finsterdraffen holen Und wahrscheinlich hat er irgendein Monarchen in der Hand Ja Aber er hat keine Lust die auszuspielen Einen Halbfugel Dankeschön Au 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 Auuu Hu Hehhh Geht voll ab grade ne Ja Naja so ein Möbel-Match bei Monarchen ist glaub ich auch nicht das interessanteste was es gibt Ne Ja Mau Sieger ist in der Gegenseite Monarchen weg Yes Und der zweite was klingt die überhaupt Kann er denn das für zweimal nutzen? Naja, das ist ja, die Monarchen bleiben unberührt. Mit der Eishand kann ich jetzt eine davon zerstören, aber mit der Feuerhand kann ich eh nicht zerstören, weil die von Karten nicht unberührt sind. Gegen Seelentausch glaube ich auch geschützt. Und steht da zielen irgendwas oder einfach nur unberührt? Ja, geschützt. Komplett unberührt. Ey. Das ist schön weh grad. Naja, ein bisschen kann ich aufräumen, einmal weghauen. Naja, nächste Runde kommt dann eh ein Kajus. Ja. Was ist los? Oh, der finster Drache. Hallo. Wie geht's? Und was hat er, Kajus oder Reiser? Komm, jetzt muss einfach dieser Schalb. Beide. Oh. Und er schafft es auch beide rauszubringen jetzt. Einfach so. Genau. Genau, er kann zwei Tribut beschoben. Double Summon. Ja. Oder er hat... Okay, das war irgendwie doof, dass er den ausgespielt hat. Der ist... Jetzt kann ich mir da den Händen aufräumen. Ja, naja, man hat ja seine Bewertung gesehen. Ja, mal sehen, ob er jetzt noch was macht. Die feurige Feuerhand. Ich sollte ja so schlausern und was opfern da. Ja. Ja. Ja, überall. Die hatte nur 1,6. Ja. Ja, überall. Die hatte nur 1,6. Ja. Ja, das war eigentlich der schlaugeste Zug, den man machen konnte. Oh Mann, er hat noch verloren. Oh. Oh. Scheiße. Er kann ja noch immer noch Tribut machen. Ich bin gespannt, wenn ein Mega-Kajus rauskommt, was der kann. Mega-Kajus? Ach du. Ja, von allen Monarchen kommt aktuell die Mega-Version raus. Oh Mann. Kaius ist so ziemlich der Einzige, der noch fehlt. Von den Guten. Ja. Oh. Oh. Ah. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist, ähm, Marsch der Monarchen? Nee, das ist ja. Rückkehr der Monarchen. Wenn ich 1 Monster-Tribut beschwöre, kann ich mir bei einem Monster mit 2,4 Angriff und 1000 Verteidigungen oder 2,8 Angriff und 1000 Verteidigungen holen. Oh, das ist cool. Der hat einen Nebeneffekt. Man könnte sogar den fünsteren Bar von einem Drachen suchen. Hm. Ja. Na, ich hab grad los aufzuräumen. Dimensionsgefängnis. Ja. Fein-Controller. Da hinten. Und da hinten. Eine Lanze. Eine Lanze. Oh. Mann, 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 Mann! Feuer! Mann, Mann, Mann! Oh, oh, oh. Mann, Mann, Mann! Und jetzt kommt die Lanze. Und die letzte Hand. Uiuiui, die kann schon ordentlich nerven. Ja, die Hände haben ihren Job getrauen. Ich dachte, er macht jetzt doch eins auf die Hand. Tragödie. Da liegt ganz viel Hand. Ja. Weiß ja nie. Na dann. Und Schiss Tragödie mit Karius. Nehmt er nochmal 1000 Schaden. Ah, darauf hatte ich gar nicht geachtet. Uiuiui. Und der Effekt. Da waren Rückkette immer nachreichen. Da fackt er grad ab. Achso, mit 2,4 oder mit 2,8. Genau. Wie viel Angriff das haben soll? Ah, den kann man auch. Der muss. Ja, der. Das ist echt geil. Ja, der ist echt ziemlich teuer. Das ist der einzige Nachteil an ihm. Ja, aber der ist echt teuer. Ich kann den doch gleich. Komplett alle Monster Effekte negieren. Aha. Egal wo. Stärker als Skilldrain. Man muss den nur irgendwie halten können. Und naja. Aha. Na da. Guck mal, der macht ihn doch. Man kann da nix von machen. Ja. Stimmt, der hat eh nur ne Lanze da. Basieren darauf, dass er ja die Dinger holen muss. Die gehen. Er kann seine Drachen nicht nutzen. Und vor allem nochmal den Effekt nutzen. Von Rückkette der Monarchen, oder? Ja. Immer wenn Monster aus der Luke geschworen wird. Und den kann man nochmal holen. Im Prinzip. Ne. Ihn kann man Morbus Eye mit nem anderen Namen holen. Oh. Oh Reiser. Ja. Ja. Das ist eh schon. Das ist eh schon. Wenn man da rausbekommt. Oh Tocke. Oh Warte. Oh jetzt Lanze. Dann überlegt er. Ja. Das mag ich bei Death Pro überhaupt nicht. Ja. Er hat 1,6 oder 1,5? 1,6. Ja. Oh. Ja. Achja. Ich zeig mal unser Extra Deck. Ja. Kannst dann den Ball mal eben machen. Boah. Episch. Er hat aufgegeben. Aber vielleicht bleibt er wenigstens schon da. Dann kann man unser Extra Deck. Unser Extra Deck. Nur die stärksten Mon sammeln. Also an sich sollte man immer einen Extra Deck machen. Ich war hier nur viel zu faul. Weil man es zu 90% eh nicht benutzt. Wenn man es ein extra Spiel will, sollte man auf jeden Fall einen Extra Deck haben. Ja. Ja. Dürfen wir das sagen? Nein. Google mal den Hitlersong Digimon. Nein. Der Führer bekennt Farbe heißt das. Genau. Und Hitler Digimon guckt das bestimmt auch. Ja. Bene bitte nicht mitsingen. Deine Stimme ist so kratzig scheiße. Ach. Schade. Du solltest mal zu DSDS gehen. Nee, bloß nicht. Na dann. Da 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 da. Oh Gott. Auch nicht mit zum Müll. Oh Colin, jetzt fang Lothar Litney auch noch an. Bitte. Ich wollte nur wie er das gesungen hat. Nein. Ach so. Was heißt du gegen das Lied? Die haben nichts gegen das Lied. Ihr nervt einfach gerade ein bisschen. Ich glaube ich weiß was er gesettet hat. Ja dann lass deinen Scheiß an Colin aus. Effekt. Effekt. Wo hast du das Brötchen auch gegessen? Das hättest du ihm an den Kopf werfen können. Und. Oh komm wir mit Jack Frost. Dann hat er das ja immer noch essen können. Peterchen Frost. Effekt. Ganz kurz nochmal. Ich kenne die Geist. Wenn der Gena angreift kann ich ihn rufen und Monster setten. So und dann bin ich mal rassistisch. Und hier geht das Ding. Das ist schwitzig ne. Jetzt riechst deine Hand nach Axel schmeiß. Das ist geil. Also er hatte auch den Heino hier da. Aber er hatte ihn nur da. Zum Glück ist das wenigstens vorbei. Oh Attacke. Oh. Jetzt hätte eigentlich Flügel kommen müssen. Dann hätte ich weiter machen können. Flügel der Freie. Nja. Was ist das? Dann kann ich so das Ding. Was ist das denn? Das wird auch manchmal gespielt. Da kann man ihm den holen. Ja immerhin dann selber Anime. Stimmt. So. Jo. Und ich glaube nicht dass er den Effekt keinen drin hat. Und irgendwie vermutlich das nicht so bei ihm. Na dann. Oh Mann ey. Das wird ein dummes Sway. Wird das? Hi Spector. Hi Spector. Mary Sherry. Larry. Oh cool. Oh ne ne. Das reicht so auch. Hey die sind doch alle finster. Genau. Oh ja. Oh so bringt Spector nichts. Nicht mal das. Oh Mann. Spector muss nämlich ein Geist zerstört werden. Also der da. Oh. Also im Kampf zerstört werden. Er wurde ja entfernt. Genau. Er hat so ne geile Anal-Kette die er da in seinen Händen hält. Oh. Noch Monster-Setten. Oh. Für uns seine Gewichtskette aber egal. Ah. Du musst in dein kleiner Fett zerstört werden. Zu mehr Speck. Wollen wir Wetten abschließen? Falsch bin ich. Was? Wollen wir Wetten abschließen. Die Verdeckte bringt nichts. Die da. Spiegelkracht. Na dann Monarch. Was spielt man denn da überhaupt für Feilen drin? Keine. Naja in der Version kann man im Prinzip alles reinpacken. Finde ich unnötig weil man sich mit den Geist-Tricks eben die ganze Zeit beschützen kann. Ja. Da braucht man keine Pfeile und dann haut man in der nächsten Runde mit irgendeinem Monarchen eh das stärkste weg. Ja. Das war das Wort zu Sonntag. Ging jetzt ja doch. Es ist nicht mehr Sonntag. Schneller. Das ist ein Spruchkommen. Oh. Du hast mich gestragen. Vielleicht nochmal ne Aufnahme. Ein anderes Deck. Ja. Kannst ja einfach mal direkt fortsetzen. Mache ich dann eine Folge draus. Okay. Hier gewertet. Dann werten wir mal deinen Rang ein bisschen auf. Sehr gut. Auch wenn er unnötig ist. Und welchen Rang habe ich denn gerade da? Was für den absoluten Rang. 1210. Geil. Das könnte die Pizza sein. Das könnte echt die Pizza sein. Diesmal will ich nicht anfangen. Diesmal denke ich mir auch. Hey das ist Pizza. Jetzt ist es nicht. Viel Spaß. Ich hab Essen. Oh das ist der Monster. Also Bene und Scheiße Baum. Also viel Spaß mit ihm. Oh cool. Der Vogel. Ähm. Was ist denn der Vogel denn? Hey ich hab gewonnen. Ich bin voll gut. So. Cool. Ähm ja. Duell ist vorbei. Es war Fettverbindung verloren gegangen. Und so. Ich tanze jetzt noch ein bisschen für euch. Auch wenn ihr das gerade nicht sehen könnt. Ja. Und so. Ich glaub Steffinski wird das jetzt leider alles rausschneiden. Was ich jetzt hier so von mir gebe. Aber drauf geschissen. Er muss sich das trotzdem noch nachher anhören. Uh. Juhu. Yeah. Und es wird wieder Zeit für eine Runde mit dem Quizofakt. Drrr. So. Isse Steffen. Yeah. Und was kann ich noch machen ey. Jetzt kann ich es ja gerade ausnutzen. So viel Scheiße wie möglich zu tun. Aber mhm. Na dann. Mh. This is snakey. Yeah. Das noch. Das noch. Ich bin Chocos. Der Knusperbär. Keiner ist so anal wie er. Und yeah. Und pack deine Analbacken ein du Rosettenkönig. Ja ich hab gewonnen. Ja das ist sehr schön. Das werde ich jetzt mal machen. Ja sind stolz. Nee das musst du dir erstmal anhören. Bevor dann muss raussteigen. Ich weiß ja nicht wie lange das ging. Hast du das mal aufgegeben. Oh. Der hat die ganze Zeit gewartet. Jörgen. Ich kann nicht. Ich hab dich vorher gesehen. Ich dachte. Ich dachte. Wieso. Was hat er denn gehört. Dass er dachte ich wäre ein Mädchen. Deine Stimme. Der hat dich reden hören. Cool. Die ganze Zeit. Finde ich cool. Ähm. Aber ich will nicht mehr spielen. Ich hab da schon vorher alles gemacht. Das hätte ich mal vorher an. Das hätte den anderen auch. Das hätte den kleinen. Dann kannst du ja einen auf die Hand suchen. Genau. Voll geil ey. Der hat eine Analkette da. Eine Analkette? Ja da. Guck nochmal. Siehst du die da? Okay. Du stehst auf Zombies mit der Narkette. Hm. Ist das auch Shindiki? Nein. Das ist Fairytale. Fühlt es sich ein bisschen danach an. Ja. Farytale hat hier zu viele Folgen. Keinen Bock. Wie viele? Zu viele. Äh. Die zweite Staffel hat jetzt gerade angefangen. Oder was heißt zweite Staffel? Ja schon zu viel. Die erste Serie hat. Hat weniger als Pokémon. Ja. Klar. Ja ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen nur? Weiß ich nicht. Wie viel genau weiß ich nicht. Ich glaube die erste Serie hat 300 Folgen oder so. Und jetzt gibt es schon die zweite Halb. Hat er jetzt eine Hand gehabt? 700? 800? Ich glaube schon tausend bald. Tausend schon? Keine Ahnung. Ich achte nicht darauf. Ah jetzt kommt noch Seelenlust hinterher. Also anscheinend hat er nur die ganzen Bäume auf der Hand. Die sind also Trikot-Dänger da. Naja das ganze hat Einzelfolgerblüte dann noch eine. Nein nein ich meine der Bomber auch gegeben hat vor. Weil er diese ganzen Bäume auf der Hand hat. Vielleicht. Komm Seelenlust. Puh. Wir haben aber noch. Raps. Nein das sind Raps. Achso. Ein Syncotec. Okay ich weiß mal die Bomber dann auch gegeben hat. Da muss er ja echt eine komische Hand gehabt haben. Und? Gieß er so viel immer. Ja und da ist der. Und da ist der. Der ist das Fan-Kollner. Der einfach nur Lachenhauer. Der Gerümpelzerstörer. Okay. Was passiert jetzt? Dann konnte er irgendwas weghauen weiß ich. Naja er konnte was weghauen. Jetzt hat er noch zwei. Und eine halbe Flügel. Boah cool. Fehle ich ins Frost man. Bam. Fehle ich ins Frost. Ich glaube daran kann er für jedes Nicht-Synchro-Monsters er verbraucht hat eine Falle zerstören. Also. Achso. Ach du ganzen Hammer geil. Auch wenn ich es noch nicht gegessen habe. Äh. Wann kann er wenn ich da? Wenn du ein Monster Tribute bestörst. Okay. Okay Mama. Ja. Tja die würde ich grad nicht los. Jack Frost. Wie viel Power hat er. Cool ich kann einen von diesen Flögel zerhacken. Und du kannst den kleinen Verdeck spielen da und dann noch ein Federchen Frost raussuchen. Die Eisern setten? Ne du kannst äh Väterchen Frost. Ja. Äh. Auch der Engen am Monster zerstören und dann wieder setten. Was? Du kannst den in jede Runde wieder setten. Kannst du mit allen Geiststrecken machen. Achso. Ja. Achso. Ne. Wieso dachte ich grad er hätte den äh Fektern. Du kannst das zerstören. Ich will aber noch den anderen zerstören. Oder soll ich dann einfach den setten? Den setten kannst du auch ein Federchen Frost zerstören. Oh nein. Die Musik dazu ist grad toll. Das ist Death Note. Gerade am Ende ne? Ich weiß gerade nicht von genau wo aber. Das ist auf jeden Fall Death Note. Das ist ein ordentlicher Anime. Definitiv. So und mach mal nur was. Schaut alle Death Note wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja. Und wenn ihr es getan habt schaut es einfach nochmal. So ja. Ja. Mein Name. Mhm. Mhm. Aber ihr werdet jetzt wohl. Ja. Oh. Dann fegt euch ja. Noch mal Eishand. Party Frost. 40. Eishand Power. Nein ich würd. Was denn? Den anderen Mal setzen. Ja. Ja. Da man schon mal langsam loslegen kann. Weil du ein bisschen nerven kannst. Hey, die nach raus! Das erste! Nein! Nicht eins! Mein Gott! Ich bin noch nicht so... Ach mein, wo war das denn grad? Ob das wohl die Tür öffnet? Glaube ich. Die Tür. Also Mika, wo er da reinkommt. Tja, also er... Ich bin halt so heftig für ihn. Er hat irgendwie schon wieder aufgegeben. Kommt die ganze Außersehen auf den Button? Äh, aufgeben. Kann sein, keine Ahnung. Dann aufgeben oder Verbindung verloren? Weiß ich nicht. Äh, zu sehen. Es ist machtlos gegenüber dem Schloss und so. Vor allem vielleicht zu nervig. So. Alles klar. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ja, irgendwie nicht viel vom Deck gesehen, aber... Es ist toll. Ne? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. is